Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr den Blindtext Lorem Ipsom in euer Word-Dokument bekommt. Das geht wie immer super einfach und leider habe ich im letzten Video, wo es auch um Blindtext geht, diese Variante unterschlagen. Also wer das sehen will mit Rand und Rand-Alt, der sollte oben jetzt den Link anklicken, der jetzt oben eingeblendet wird. Da zeige ich, wie das funktioniert. Aber hier geht es um den Blindtext Lorem Ipsom. Das geht wie immer super einfach und als erstes gehen wir ein Gleichheitszeichen ein, schreiben dann einfach Lorem, Lorem, Klammer auf und dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder wir tragen jetzt eine Zahl ein und zwar die Zahl der Absätze. Das heißt, wenn ich jetzt eine 3 eintrage, Klammer zu, dann bekommen wir drei Absätze mit diesem Text. Ihr seht, drei Absätze. Ich gehe nochmal zurück mit STRG Z oder halt auch über dieses Symbol, das geht genauso. Und wir können das auch so machen, dass wir die Anzahl der Sätze innerhalb der Absätze ebenfalls festlegen können. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will zwei Absätze und in jedem Absatz zehn Sätze, dann gebe ich einfach nach der 2 jetzt hier ein Komma ein, trage eine 10 ein und nach der schließenden Klammer drücke ich Enter, zack und wir bekommen zwei Absätze mit jeweils zehn Sätzen. Ihr seht, total easy, vor allen Dingen, wenn ihr Formulare oder irgendwelche Seiten schon vorbereitet und wollt einfach mal sehen, wie das aussieht mit eingetragenen Daten. Wenn ich zum Beispiel sage, zehn Absätze und jeweils nur, ja, nehmen wir mal einen Satz zum Beispiel, ich drücke Enter und ihr seht, das funktioniert genauso einfach. Total coole Sache. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und Abos, klar. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe, alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.